Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget. Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Für dieses Video habe ich uns mal ein aktuelles Mehrfolg-Deck vorbereitet. Das Ganze ist nicht nur modern legal geworden, sondern eignet sich auch wirklich als modern Starter-Deck. Wollen wir uns das Ganze mal anschauen? Viel Spaß! Willkommen zur Deckübersicht von heute. So sieht das Ganze aktuell aus. Von der alten bis zur neuen Sendika-Edition, hier haben wir wirklich alles mit dabei. Mehrfolgtypisch super viele Kreaturen mit einer sehr niedrigen Mana-Kurve in Kombination mit etwas Interaktion. Die Casual-Deck-Bewertung würde ich auch sehr hoch ansetzen. Mit einem aktuellen Einzelkartenpreis von etwa 30 Euro ist das Deck allerdings auch ein bisschen teurer geworden. Aber wie gesagt, das Deck lässt sich auch wirklich als modern Starter-Deck nutzen. Das Power-Level ist echt solide. Im Modern ist das Ganze natürlich nicht ganz so stark, aber dafür haben wir am Ende auch noch ein paar Upgrades. Schauen wir uns jetzt erst mal dieses Deck etwas genauer an. Im Ein-Mana-Bereich starten wir mit 4x Kumena Speaker. 2-2 für ein Mana, ein ganz regulärer Aggro-Starter. Weiter geht es mit den 8 Lord-Effekten in Form von Mehrfolg Mistbinder und Master of the Pearl Trident. Hier haben wir auch wirklich das Mehrfolg Markenzeichen, viele Lord-Effekte und auch die Insel-Tarnung vom Master. Land-Tarnung sehen wir ja mittlerweile echt selten. In Kombination hier mit der passenden Landverzauberung ist die Insel-Tarnung allerdings super stark. Mit Spreading Seas können wir nicht nur gezielt die Mana-Base der Gegner angreifen, sondern auch all unsere Kreaturen komplett unblockbar machen. Lord Nummer 9 bis 12, hier in Form von einem Klon-Effekt, ist auch wirklich ein Mehrfolg Klassiker. Glasspool Mimic ist hier das neueste Upgrade für das Deck. Ein Land, falls uns eben Länder fehlen sollten. Und ein 3-Mana-Klon, sobald wir halt 3 Länder im Spiel haben. Weiter geht es, ich sag mal mit unserem Budget-Lord-Deeproot-Elite, halt nicht ganz so gut wie ein echter Lord-Effekt. Allerdings bleiben die Plus-1-Plus-1-Marken auch nach einem Removal auf unseren Kreaturen liegen. Das kann halt auch ein Vorteil sein. Dann viermal mehr folgt Trickster. Der Name sagt halt eigentlich schon alles. Super guter Combat-Trick. Zum Beispiel einfach mal einen Tamo-Golf wegblocken. Also jetzt im Modern-Format oder einer Kreatur mit Todesberührung. Eben die Todesberührung wegnehmen. Wirklich eine sehr starke Karte. Die letzten Kreaturen sind dann viermal Silver-Gill-Adapt, die eben mit der Bonus-Karte sich sofort selber ersetzen. Für mich auch immer Pflicht im Mehrfolg-Deck. Und dann noch viermal Branchwalker, die zwar echt solide sind, aber hier auf jeden Fall für das Budget verbaut wurden. Zur Interaktion haben wir dreimal Primal Might, sehr flexibler Fight-Spell. Und für ein Mana, ein Mana-Elf umfighten kann halt auch mal sehr gut sein. Später gibt es dann für das Bonus-Mana etwas Bonus-Pump. Auf jeden Fall eine sehr solide Karte. Und noch zwei Negieren. Halt auch ein Klassiker. Sogar für schnelle Aggro-Decks. Je nach Match-Up versuchen wir wirklich nur die eine Karte zu countern, die uns halt besiegen kann. Wir sind kein Control-Deck. Wir wollen wirklich den einen Counter für den einen spielentscheidenden Moment. Die Mana-Base lässt sich wie immer noch ein bisschen upgraden. Gerade in aggressiven Decks möchten wir eigentlich immer auf die getappten Doppelländer verzichten. Die Ausnahme ist hier natürlich Glass Pool Mimic. Im Modern-Format lässt sich die Mana-Base dann natürlich richtig heftig upgraden. Allerdings würde ich da erstmal mit zwei anderen Karten beginnen. Lord of Atlantis wäre hier das Upgrade für die vier Deeproot-Elite. Diese sind halt wie gesagt auch echt ganz solide. Aber vier echte Lords nochmal Bonus-Insel-Tarnung. Das wäre hier doch deutlich besser. Und die mit Abstand stärkste Karte für das Deck. Das wären wohl die vier Etherweil. Und die würden dann die Branchwalker ersetzen. Die Fiole erzeugt halt jeden Zug für uns Mana. Das ist eigentlich schon gut genug so als Effekt. Zusätzlich können wir aber unsere Kreaturen über die Fiole wie einen Spontanzauber spielen. Und gleichzeitig auch die Counter der Gegner umgehen. Demnach ist das Ganze natürlich super stark. Aber auch wirklich nicht preiswert. Weniger Flavor, aber deutlich effektiver. Wären dann noch Dismember und Force of Negation statt unseren Budget-Interaktionszaubern. Das Modern-Format ist halt echt schnell. Hier wollen wir immer so wenig Mana wie möglich bezahlen. Zum Abschluss noch die Modern Mana Base. Bessere Doppelländer lohnen sich ja wirklich immer. Das Botanical Sanctum könnte man vielleicht sogar noch für eine Budget-Version benutzen. Die Grove, Kevanoff Souls und Mutaworld sind dann halt wirklich super starke Länder. Da muss ich wohl nicht viel zu sagen. Allerdings sind wir dann hier wirklich im Turnierbereich von Magic angekommen. Und eben auch bei teilweise echt hohen Einzelkartenpreisen. Ja, das waren auch schon alle Infos, die ich euch hier zu den Mehrfolgs mitgeben wollte. Wie hat euch denn der kleine Ausflug ins Modern-Format gefallen? Wie immer gerne euer Feedback in die Kommentare. Und Leute, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, denkt an den Daumen hoch, wäre wirklich super nice von euch. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.